Ein Land wird zur Kolonialmacht, wenn es über Kolonien herrscht, also Regionen außerhalb seiner Landesgrenzen regiert. Kolonialmacht kann nur ein Territorialstaat sein. Länder, in denen die Herrschaft über das Gefolgschaftssystem ausgeübt wird, haben dagegen keine Kolonien, sondern allenfalls Tributländer. In der Geschichte Antike bereits die Griechen und Phönizier gründeten zahlreiche Pflanzstädte am Mittelmeer und am Schwarzen Meer. Als erste Kolonialmacht der Geschichte gilt das Imperium Romanum, das auch als klassisches Beispiel für ein Weltreich gilt. Mittelalter Auch die mittelalterlichen Stadtrepubliken Genua und Venedig verfügten über ein ausgedehntes Handelsreich mit Stützpunkten im Mittelmeerraum und im Schwarzen Meer. Norwegen besaß ein kolonialähnliches Reich auf den britischen Inseln, Grünland, Island und den Völern. Neuzeit etwa um das Jahr 1500 begann die Neuzeit. Nach der Entdeckung Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus begann ein Zeitalter des Kolonialismus, das im 20. Jahrhundert endete. Als Imperialismus bezeichnet man eine Epoche der weltweiten Ausdehnung von Herrschaftsgebieten auf Überseeterritorien im Zeitraum zwischen etwa 1870 und 1914. Dem Hochimperialismus ging die Phase des Frühimperialismus voraus, deren Beginn etwa mit 1815 angesetzt wird und die vor allem von Formen des informellen Imperialismus geprägt war. Man kann drei Arten des klassischen Imperialismus unterscheiden vom Handelsstützpunkt zum Herrschaftsgebiet mit Ansätzen einer eigenen Industrie, Beherrschung unter Wahrung des Anscheins der Souveränität und Autonomie, wirtschaftliche Beherrschung souveräner Staaten ohne eigene Industrie. Punkt. Spanische und portugiesische Seefahrer unternahmen im Auftrag ihrer Könige zahlreiche Entdeckungsfahrten und später Eroberungsfahrten. Sie eroberten große Teile des amerikanischen Kontinents. Hauptartikel, Kolonialismus Portugal und Spaniens weitere Länder wurden Kolonialmacht, England, die Niederlande. Punkt. Sogar Brandenburg, Preußen, Kurland und Schweden besaßen für kurze Zeit einige Niederlassungen in Übersee. Der Staatenbund Dänemark-Norwegen war ebenfalls eine Kolonialmacht. Zudem neben den Besitzungen im Nordostatlantik auch die dänischen Kolonien in der Karibik, in Westafrika sowie in Ostindien zählten. Das russische Reich versuchte seine Herrschaftsgebiet zu erweitern, indem es sich im Zuge des sogenannten Binnenkolonialismus über Sibirien bis nach Alaska und Kalifornien ausdehnte. Punkt. Frankreichs Status als Kolonialmacht beruhte zunächst auf seinen Besitzungen in Kanada und Louisiana. Später verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Kolonien in Westafrika und Indochina. Punkt. Italien, Deutschland und Belgien, die erst spät ihre nationale Einheit erlangten, suchten im sogenannten Wettlauf um Afrika mit den anderen europäischen Mächten mitzuhalten und erwarben ebenfalls Kolonien in Afrika sowie in Ostasien und Ozeanien. Lediglich die kolonialen Ambitionen Italiens wurden deutlich gedämpft. Dennoch umfassten die italienischen Kolonien schließlich große Gebiete in Nord- und Ostafrika. Punkt. Auch die USA, selbst teilweise aus Kolonien hervorgegangen, wollten nun Kolonien erwerben, indem sie nach dem spanisch-amerikanischen Krieg versuchten, viele vormals spanische Kolonien zu übernehmen. Die Kolonien waren für die Machtstellung und die Wirtschaftskraft der USA aber zweitrangig. Punkt. In Asien gelang es Japan, mit der sogenannten Großostasiatischen Wohlstandsphäre ein Kolonialreich aufzubauen. Das weite Teile der heutigen VR China, das gesamte Korea sowie Indochina und zahlreiche pazifische Inseln umfasste. Punkt. Nach den Weltkriegen, die den Prozess der Dekolonisation einleiteten, verlor der Kolonialgedanke an Bedeutung. Einige Staaten ließen von ihrem Status als Kolonialmacht erst nach massiven kriegerischen Auseinandersetzungen ab. So etwa Frankreich nach Indochina-Krieg und Algerien-Krieg und Portugal nach dem portugiesischen Kolonialkrieg. Punkt. 1960 erlangten 18 Kolonien in Afrika die Unabhängigkeit von ihren Kolonialmächten. Kolonialmächten. 1960 wird deshalb Afrikanisches Jahr oder Afrika-Jahr genannt. Obwohl Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und die USA noch Territorien außerhalb des Mutterlandes haben, spricht man heute nicht mehr von Kolonialmächten, weil der Besitz solcher Territorien keinen Einfluss mehr auf die Stellung im internationalen Staatensystem hat. Dennoch kam es bis in die jüngere Geschichte zu Konflikten um Überseegebiete, wie zum Beispiel 1982 im Vorklernkrieg.